Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute haben wir folgendes. Mal so ein bisschen Live-Gameplay, ne? So ein bisschen zusammen verlieren, zusammen gewinnen, zusammen aufregen. Wann geschottetet werden von der Artie? Ganz, ganz böse Dinge. Was muss ich hier nehmen? Seine Erfolge, eine Eroberung, eine Basisteile. Ja klar, cappen immer. Mit dem Scout muss man cappen, ne? Aufklärung 474. 30% Teile. Ja, was habe ich drauf hier? So, ne? Eine Optik, ein Stabi, ein Ansitzer, halt typisches Light-Setup. Dann fahre ich mit Ration, um ein bisschen die Sichtweite und die Tarnung zu boosten. Ne? Zu boosten. Ich will ein bisschen mein Personal auch gründen. Ne? 300%? Null. Ne, 100. So. Und auf ihr geht's. Na, könnt ihr mal sehen, wie man nicht fahren soll. Ne? Das lernt ihr jetzt. Oh, schön. Dann werde ich erst mal die Mitte aufmachen. Juhu. Okay, Mister. Dann fahren wir da mal hin, ne? Ich habe ganz schön wenig FPS, ne? Und ein riesen Ping, ey. Das ist mal looki-looki. Hier, ihr passt auf die Basis auf. Sehr gut. Ne? So, ne? Leute brauchen wir. Ohne die läuft nix. Ja, amix, du bist mein Held. Guck, so spottet man meinen Freund. So, da oben. Oh, offen. Ah, die Batschett. Na, komm zu Daily. T49. Fahr mal ein Stück hoch. Ich will dir wat. Oh, Minno. Sollen wir es nochmal riskieren? Ja, ne? Da, hier. Petten, petten willst. Äh. Aber da kann man nochmal auf ihn schießen. Ne, komm mal wieder zurück. Paton. So, nächste Möglichkeit wäre hier. Da kriege ich ihn nicht auf. Oh. Pixel Shot? Ja, nein. Nö. Lass die Artie schießen. Siehst du, hätte der andere nicht geschossen, hätte die Artie getroffen. Jetzt fahr doch hoch. Endlich. Einmal. Oh. Äh, der Petten. So ein bisschen safe hier. Die rechte Seite fällt gleich, muss sie abhauen. Wäre ganz cool, wenn der T44 bis dahin gestorben ist. Ja, ja, alles cool bei dir. Und tschüss. So. Ach komm. Ja, ne, echt jetzt? War gut, dass du nochmal sagst, so 100, ne? Hätten wir ja fast nicht gesehen. T95 braucht eine Stunde, bis er oben ist. Aber ich bin immer noch so verschnubbelt, ne? Die geht ja mal ja auch nicht. Nee, brauche ich gar nicht drauf schießen. Ja. Wo steht die Ruhe? Da hinten. Links vom Stein? Ach. Ach. Krieg ich dich gar nicht rein, doch. Das ist ein Stein. Fahr noch ein Stück. Äh. Ja. 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 Schiede. Nice, Arty. Ja. 14,4 und ich hab irgendwie gar nichts gemacht. Nur rumgekämmt. Aber gewonnt ist gewonnt, ne? Ey. Jo. 15,4. 1686 Schaden 322 gespottet. Ne? Ich hab ganz viel gemacht für das Team. Ich war richtig hilfreich, ne? Hinten stehen und schießen. Die beste Art und Weise, dem Team zu helfen. Ich muss mal kurz im TS was ändern. Weil ich bin ja in einer Live-Aufnahme. Höh. Oh Gott. Da kommt einer. Hey, moin Sami. Und ich sag dann, ich bin eine Aufnahme. Ne. Geht nicht. So. Nächstes Match. Jetzt kommt wieder ein Lose, ne? Wargaming balancet ja immer. Die haben es ja geschafft, mich von über 52% auf unter 52% zu kriegen. Wargaming, ich liebe dich. Ich weiß, du liebst liebe lang. So. Was haben die für Scouts? Auch ein WZ. Red Shed, Grand Final, Bulldog. Hm. Na toll. Wir haben T49. Super Camo-Werte des Todes, oder? Spots left. Ne? Okay, dann mach ich's. Wahrscheinlich fahren jetzt alle da hin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Musik kann ich leider nicht abspielen in Aufnahmen. Die werden immer gleich gesperrt. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich hab dich gefragt, du dummer Hund, ey. Zu viel Oldschool geschaut, hä? Ja, ungefähr. Ach, nö. Warte, ich bin immer noch offen. Na klar, im Bulldog kann man bouncen, ne? Wenn unser Team macht gut Druck, seh ich gerade. Warum fahre ich nicht immer vor und spotte? Weil ich nicht will. So. Die Ruhe wird hier unten irgendwo sein. Also da, wo ich immer stehe, hier vorne. So will ich einmal hier so looky-looky machen. Batchett, hier ist ein Scout. Ja, hier ist alles cool bei dir. Ne, Susi. Susi sofort. Da der für ein Name, ey. So, dann helfe ich mal den Leuten Druck zu machen. Warum spiele ich so zaghaft? Weil ich in letzter Zeit echt nur auf die Fresse gekriegt habe. Und dann guckt man sich ja ein bisschen seine Replays an. Und mir ist aufgefallen, wenn man schnell stirbt, kann man keinen Schaden machen. Wo ist die Scheißruhe? So, ne, jo, jo. Bisschen ganz schlauer, wirst du. Ich brauche deine Leiche als Deckung. So, ich bin ein One-Shot. Nein, nicht in der Aufnahme, ey. Hör auf. Ja, auch dieses Mal bin ich echt eine große Hilfe für meinem Team. Hab auch wieder sehr viel gespottet. Ne, 249 Spotting Damage. 615 Schaden, aber, hey. Warum schießt er denn auf nicht? Wie böse ist denn da? Geht ja gar nicht, ey. Wo geht mein Rohr hin? Kannst du mal da runter gucken? Ich sehe ja nichts. Wo gucke ich denn hin? Ach, auf dem Boden. Ja, alles mit Humor nehmen, ne? Botten wie ein Bot, aber mit Humor. 14,2. Ich hab hier 14 Kills gemacht. Ne, einen Kill hab ich den anderen gelassen. Läuft. So, erstmal was trinken hier. Ja, ich sag ja. Ne, wenn ihr wissen wollt, wie man nichts spielt, schaut euch meine Replays an. Ne, dann könnt ihr das auch. So. Alle guten Dinge sind drei, ne? Jetzt kriegen wir es auch hin, hier auf Stöp-p-p-p-p-nen. Ne, mit Doppel-Trippel-P. Ne, Stöp-p-p-p-p-p-n. Natürlich ganz klassisch mache ich wie immer hier so den YOLO-Move, dann wieder zurück, und dann gucke ich mal. Ha, la, la, la. Ha, wz. Wz. Amex 1390 hat super Tarnwerte. Gang ist auch nicht schlecht. Wenn man nach vorm Gegner steht. So Leute. Ne, hier runter bitte. Ihr habt doch gleich Licht. Schon mal anzeigen, ne? Man muss den Leuten ja immer zeigen, wo sie hinschießen sollen. Typ 4 Schwert. Du brauchst jetzt schon Hilfe? Der Match hat doch gerade erst angefangen. Der Ode ist auf Kette. Jawohl. Äh. Mäuschen einfach mal anschießen, ne? Um zu sagen, ich bin hier. So Leute, ihr seid da oder? Eher nicht so heute, morgen so. Da ist noch einer unten bis jetzt. So ein bisschen hier hold down. Hier haben wir einen Turm. Also wenn ihr hier drückt. Dann komme ich von hinten. Oh, jetzt kommt gleich da auch nichts. Doch nicht. Cool. Den hätte ich jetzt gleich hinter mir erwartet. Ihr könnt drücken, Leute. Ich lenke die ab. T28. Komm, fuck off. Ihr könnt drücken, Boys. Aber ich brauche dich mal als Deckung. Danke. Schnell den Motor reparieren. So. Äh. Nur mal schnell Auto-Aim gemacht. Ja, ja. Alles cool, VK. Ich bin One-Shot. Lass mich in Ruhe. Kriegen die das da jetzt gebacken oder nicht? Ah, Typ 4 kommt. Dann kriegen sie es hin. Jetzt brauche ich von rechts Deckung. Lass dich suchen mit diesem Turm hier aus. Am X, den kriegst du ja wohl hin, oder? Ach komm, ernsthaft, Samy. Jetzt aim mal richtig, ey. Zumal. Die stehen ja immer noch da hinten. Nee. Geil. Der nächste Mutige hier. Boah, ich bin zu weit draußen. Und der hoch. Ja, Lorraine, bist du im Reload, oder was? Nee, gut. Wie sie es die ganze Zeit durch die Mitte versuchen? VKP, ey. Ich gehst mir echt auf den Sack. So. Hier müsste ich dich aufkriegen wieder. Oh, sehr schön. Machen die gut da drüben. Typ 4 schwer halt, ne? Auf Kette. Oh, ja, oder Schaden. Äh. Ja, Mann. Äh. Hab ich den zu spät gesehen, hä? Fuck off. Muss ich mir nochmal angucken später. Hab ich den zu spät aufgemacht hab, oder ob ich einfach nur El Blindo war. Was? Äh. Mensch möge. Mensch meier so, hä? Dänisch wahrscheinlich. Mensch möge. Ne, da, hier so. IS6. Main Schmerger. Was schreibt sie jetzt? Most. So, Loretta. Bastian. Wo bist du? Loretta, Loretta. Da. Gibi. Ja, du bist auch noch ne One-Shot, ne? Ne, nix Cap. Da er nur noch zwei Panzer übrig ist. Und er schreit schon wieder nach Cap'n, ey. Cap. I hope you die every game. Ja, ist ja meistens so, ne? Jedes dritte. Überlebt man. Oder eins von drei, ne? Ta-da-da. Na, die Loretta zeigt uns mal. So, wo findet jetzt der nächste Angriff statt? Da, VKP. Stricherwagen. Wo bist du? Da ist er. Spezial hier. Oh, offen. Und tot. Super. Und noch die Loretta. Da, 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 da. Mein sechster Sinn-Sound, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich spiele hier Musik ab. Das bringt so Action-Feeling, weißt du. Ich würde sagen, beim T-54 Mod 1 taucht er auf. Würde ich machen. Äh. Nice. Ja, drei Matche, drei Siege. Durch mein volles Zuarbeiten. Ja, jetzt in diesem Match, ja, habe ich einen Push mal angeführt, ne? Den das vor auf der Minimap gesagt. Die haben es auch geschnallt. Also echt super. Die Schüsse auf dem WZ. Oh, ich den AMX helfen wollte. Die war ein bisschen unnötig. Freie Erfahrung hier, Gefecht. Mal eins. Ja. Habe ich ja noch nicht so viele von, ne? Ja. 18.000 Miese. Das ist natürlich kacke mit dem Proviant da, ne? Personal 98. Ja. Aber wie geht's? So. Muru Wanker. Wanker, ein Schüttler. So, 10er Match. Mich interessieren immer nur die Gegner-Scouts erstmal. Ru, T54 Light. Budget GF. Also vier Stück. Wir haben schon wieder so ein T49 New Map. Oh Gott. Ja, nur für dich. So, ich bin rechts gespawnt. Das heißt, ich werde rechts scouten. Obwohl ich lieber links mag. Aber, wenn Wargaming will, dass ich das mache, dann mache ich das mal. Das bringt nichts, wenn ich nach links presche wie so ein Trottel. Und die anderen haben schon alles aufgemacht. Ja, wie immer hier, ne? So, jetzt die Hügel ausnutzen. Als Deckung. Oh, 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 oh. Warte. Da müsste ich wieder auf die schießen können. Was ist denn sein Auftrag hier? Kurz stehen bleiben, schießen. Ja, ja, alles cool bei dir. Bin schon unterwegs. Äh, hat der einen Mehl. Lulu, wir fahren im Kreis. Ja, du hast jetzt deinen Auftrag abgeschlossen, ne? 300 Panzer zu scouten. So, Leute. Wir müssen ganz dringend links durch. Ja, Push. Meine Freunde. Oh, man könnte geil die abfahren, wenn die... zum 113er wollen, ne? Das wäre natürlich... Schmackes. Oh, nein. Jetzt diese scheiß Bude davor. So, jetzt zur Kirche. Ein T95. Haha. Etwas so funny. Kommt der noch mal zurück. Ist doch nicht euer Ernst. Ich würde jetzt nicht mit Autor-Aim schießen sollen. Nice. Äh, T95. Hau ab. 10 zu 4 schon wieder, ey. Also heute muss ich echt mal sagen, Wargaming. Ich liebe dich. Weil ich habe gute Team. Stöche jemanden? Gut. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Händen. Verstanden. Jack Beatser. Äh, ich wollte ihn auf die Kette. Aber er hat ja eh gerade geschossen. Das sieht man ja hier. Lolo, lo, lo. Wo guckst du hin? Zu mir. T49 lenkt ihn ab. Und du machst Baderboon. Oder umgekehrt. Oh, jetzt ist er aber böse. Ja, ich hätte ihn auf Kette setzen sollen. Ich vollhorst. Jetzt aber. So, Krankenwagen noch drinne. Also WZ, du hast drüben gut angeführt. GG my ass. I like your ass. No homo. Ich finde mal cool, dass ich mal so eine Siegesserie hier habe. Ohne irgendwas zu machen. Es geht auch. Man hat ab und zu Teams. Da fährt man noch nicht mal auf Posi. Man will gerade so fahren. So, haha, ich geh mal spotten. Dann ist man in dem Busch. Und dann, sie erhalten eine Marke. Ja, ja, hallo. Ja, wenn dann richtig. So, was haben die in der Maus? Und wir haben T57 Heavy. Von Busenlili. Busenlili 84. Dann haben wir den T95. Wir haben den 705. Ja, Wargaming will nicht, dass wir dieses Match gewinnen. Ne? Ein bisschen so komisch gematcht alles. Ich überlege gerade, ob ich links oder rechts. T49. Batchett. Fuck, wenn die auch hier ist, dann sind wir am Arsch. Egal, trotzdem rechts. Haben wir auch sowas wie eine Batchett? Wir haben ein Object. Ich möchte gerne ein 140er sein, wenn ich groß bin. Warrior Legend. In unserem Team. Ja, so wie das Setup von den Gegnern aussieht. Am besten einfach nur Schaden machen. Und so lange wie möglich überleben. Weil ich denke nicht, dass wir das nach Hause bringen. Da müssten drüben echt schon die Vollpleps spielen. Bad Shit dürfte schon oben sein. Sag ich doch. Ja, ja, alles cool. Ey, GF, du willst jetzt nicht echt gegen den Batchett anstinken, oder? Ach, du bist doch selten dämlich. So, Batchett ist im Reload, Freunde. Die kann raus. Na, der hat die höchste DPM, ne? Fuck. Hatten wir keine Mäts? Ach, die sind oben. Oh mein Gott, Littke. Ich hätte vorher zurückfahren müssen. Also gar nicht erst so weit vor. Habe schon geahnt, wenn die Batchett da ist, dann sind wir am Arsch. Also jetzt muss ich auch noch schreiben, oh mein Gott, Skoda. Ne, wenn der tot ist. Hihihihi. Nein, sowas machen wir nicht. Der lebt ja immer noch. Ja, Bosenlili. Geiler Name, ey. So, Skoda, wo bist du da? Krass, dass der noch lebt, ey. Dass er so lange überlebt hat. Aber hat die Batchett schon wieder im Reload, oder was? Oh, unser Object hat rausgefunden, dass die Seite fällt. YOLO. Schön, Advanced Auto Aim, ne? Auch die Kette. So. Aber wir gehen mal davon aus, er wollte das, ne? Oh. Ja, Shidi, ich hab nicht das gemacht, was ich wollte, ne? Lange überleben. Aber wisst ihr was? Ich kann dann jetzt mal meine Lungen teern. Und ihr guckt euch hier das Object 140 an. Oh, oh, ne Loretta. Komm, ein noch. Jawohl. Nice Object. Oh, oh, die Maus kommt durch die Stadt. Our R.H.M. reported. Warum denn? Was steht denn, ne? Ah, in der Stadt. Ich mein, mit nem Ram-Bam, ne? Da, da greift man ne Maus frontal an. Na, hab ich so gelernt. Oh, hier, Batchett, Low HP. Komm, bitte, Object. Das machst du, das machst du, das machst du. Jawohl! So. Maus hat geschissen. Na, andere Seite. Bleib rechts von ihm. Uuuh. Jo, jo, Artie. Unser Object steht da auch rein zufällig. D-Max Full. Idiots. Fuck off, humorum. Ich liebe den Chat. Normal hab ich den ja immer aus. You do nothing. At all. Oh mein Gott. Immer diese Liebeserklärung hier, ne? Naja, die Bachelor da, die will einfach nur Hilfe. So, Maus, fünf Meter. And you didn't shoot. You didn't help me. Oh mein Gott, ey. Ihr seht, ein normaler WOT-Wahnsinns-Tag, ne? Was würde Dings sagen hier, Jens? Alles cool. Nö, jetzt schießt er mit HÖ. Vielleicht kann ich ihn auf Kette hauen. Oh, jetzt hat er aber gut getroffen. Wahrscheinlich wieder die richtige Moni. Ach komm, der Killshot, ne? Ein Killshot. Im zweiten braucht er nicht. Hinter dir ist ein WZ. Mal hier, Object. Behind you. Immer diese Beleidigungen hier. Jawohl. Ein noch. Sehr schön. Zwölf zu zehn. Ja, wir gewinnen ja schon wieder. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, dann lasse ich die Aufnahme, bis ich verliere. Bring Glück. Sollte öfters aufnehmen. Ich mache gar nichts. Ne? Das Team gewinnt für einen. So nenne ich die Aufnahmen. Das Team gewinnt für mich. Schön Bot-Gameplay. Aber das nächste Mal wieder merken. Das passiert mir leider des Öfteren. Wo ich da hochgefahren bin, hätte ich sehen sollen, dass nur ein Skoda mit ist. Hätte ich gleich hierhin. Also zurückbleiben auf jeden Fall. Aber dann wären wir sowieso gerusht worden ohne Ende. T49 hatte leider die Kleine drauf. Ich meine, es ist richtig, was er macht. Weil es die höchste DPM hat. Das ist ein Sniper-Rumo. So, Ram-Bam-Arti-T49-Object. Das machst du alles alleine. Ach, Klicker. Kommst du rein? Hä? Kommst du rein? Du blöd, oder? Wer kommt auch rein? Ich benutze gerade dieses Fadenkreuz, dieses große schwarze Augen, ne? Ja, nice. Gott sei Dank bin ich aufs Object gewechselt, ne? Der räumt auf hier. So, gucken wir mal wieder, was er macht. Thanks for your gameplay. Object 140. Wenn er schon so gut spielt, ey. Sechst Kill hat er eigentlich verdient. Lass dem den, ey. Seid keine Schweine. Nice, hol ihn dir. Wird auch sagen, er steht hier irgendwo. Ha, oder er ist auf die andere Seite gefahren. Doch nicht? Ha, ha. Jawohl. Nice, hat er seinen sechsten Kill. Hat er gut gemacht. Ja, viertes Spiel, vierter Sieg, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie immer. Ne, hier. Strunko Team hat gerissen. Strunko Sam hat verschissen. Oh, ich bin Topftier. Das heißt, ich muss Damage machen. So. Ich mag lieber die andere Posi. Also die andere Startseite. Weil, ne, ihr wisst ja. Von hier so, kann man durch das Fenster da hochschießen. Da so ist das, glaube ich, ne? Oder hier. Ob hier. Und hier da mal hochschießen. Ist voll cool. So, was mache ich? Ich werde erst mal geradeaus fahren und gucken, ob einer hier hinfährt. Wenn nicht, mache ich das. Wenn da einer hinfährt, fahre ich hier hin. Okay, Amix, du machst den linken. Dann mache ich den rechten. Nice to Knovel. So. Oh, wenn die Ruhe hier ist, die ist schon längst da vorne. Ah, okay. Nischt. Jetzt brauche ich den hier noch als Deckung. Mal kurz Luki Luki. Dann haben wir einen AT-15. Gegner T25-2 versunken. Soll da die meisten TD-Fahrer mit Schere spielen? Ne, IS. Oh, Stricherwagen. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Das ist scheiße. Äh. So, WZ. Ich brauche dich als Deckung. Oh, nice. Wenn ich hier im Busch bin. Also, Baum fällen wir auch nochmal. Wo stand der IS? Da, ne? Machen wir mal die Trottel hier auf. Oh, ein Uni. Ne, ne. Fahr mal gerade raus. Was ist das denn jetzt? Ey. Ich kann nicht mehr geradeaus fahren. Krass. Jetzt wieder. Hatte ich auch noch nicht sowas. So, einmal den Anzeiger hier benutzen, ne? Kette mit dir. Ach komm, ernsthaft? Der Hound, ey. Hat er gut gemacht. Nice. Super. Aber wir haben unsere Seite jetzt geklärt. Das ist noch ein Stricherwagen. Ne, ELC hinten. Gucken wir dem mal zu hier. Wo ist er? Das ist ein Achter, ne? Ja, da oben ist er dann. Tony Rocco Horror Picture Show. Der macht's gut. Dann, 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 dann. Oh, Mensch. Gegner Team, was macht ihr denn, ey? Also hier seht ihr, hier sind die ganzen Camper. Ne? Lieber von da. Das ist meine Meinung, ne? Also ich push nie hier JK-Linie durch, wenn ich an der roten Basis bin. Fuck, der kommt jetzt sehr nah. Krass, ne? Tarnwerte des Todes. Schade, Artie. Jetzt aber weg. Muss auf, Mann. Reaktion. Ja, das verlieren wir jetzt. Aber das ist auch eher meine Schuld. Ich hab viel zu wenig Schaden gemacht als Top Tier. Schade. Schade, Artie. Aber denk dran, der LTDB ist auch ein Weg zu dir. Schade. Schade. Schade, Artie. Schade. Schade. Schöner Hedati. Schade. Der LTDB wird da hinten links stehen. Gegner T71 verunfallt. Nice. Kannst du da hinschießen? Ja, da. Guck. Rot umrandet, mein Freund. LTDB, der ist wichtig. Schade. GB Panther macht einen richtig guten Job. Er ist schon angeschossen. Schieß nochmal blind dahin. Da kommt er wieder hoch. Das machen die meisten. Zwei, dreimal kommen sie an der gleichen Pose hoch. So, unser Amex AFK. Da könnte er den doch schön im Pupp schießen. Sonst schießt er nicht. Uh. Hello? 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 ja er steht in der busch jetzt geht er sich ersaufen ist doch nicht ja auch schere tarnets ne gewissheit ab so Ja, Feuerlöscher, wer braucht einen Feuerlöscher? Ja, wie ich gesagt hab, ne, bis zur ersten Niederlage, nehm ich mal auf, drauf geschittert, ne, ihr habt jetzt 5 Spiele gesehen, 5 mal für den Arsch, aber wir hatten Fun, ne, wie Playing for Fun, oh mein Gott, Sammy, ey, ne, also 9ern, 595 Schaden, hier, sauberes Match, Stricherwagen, Artie, ne, da hab ich echt verkackt hier, schade, ey, ein bisschen länger überlebt und so, naja, die Niederlage, ne, wie gesagt, geht auf meine Kappe, ich danke euch fürs Zuschauen und verbleibe daher wie immer mit einem freundlichen, ciao und bis zum nächsten Mal.